Welche Autos wollt ihr 2017 sehen? Das Jahr ist gestartet und wir sind schon komplett in der Planung von 2017 und in der Vorbereitung. Und die wichtigste Frage ist natürlich, welche Autos wollen wir 2017 für euch vor die Kamera bringen? Und da gibt es schon eine Riesenliste von Autos, die wir uns aufgeschrieben haben, auf die wir Lust haben und die für uns interessant sind und die 2017 natürlich neu auf den Markt kommen. Aber das Wichtigste ist, dass wir natürlich eure Erwartungen erfüllen und dass wir auch die Autos drehen, auf die ihr Lust habt. Also schreibt doch einfach mal in die Kommentare, auf welche Autos ihr dieses Jahr Lust habt und welche Autos wir für euch testen sollen. Ihr dürft gern mehr als ein Auto in die Kommentare schreiben und ihr dürft auch gern dazu schreiben, wenn ihr irgendwelche spezifischen Fragen habt zu dem Auto, die wir für euch beantworten sollen oder auf die wir näher eingehen sollen. Einfach alles in die Kommentare schreiben und wir versuchen dann darauf einzugehen. Und an alle, die in den letzten Videos schon ihre Wünsche für 2017 in die Kommentare geschrieben haben, seid so lieb und schreibt sie einfach nochmal hier in die Kommentare, weil wir gehen zwar die Videos durch und gucken uns nochmal so an, was ihr euch gewünscht habt, aber wenn ihr unter diesem Video nochmal einfach eure Wünsche drunter schreibt für 2017, haben wir alles auf einen Blick und können auf jeden Fall eine Liste machen, damit wir eine gute Übersicht haben, was wir für euch drehen sollen. Des Weiteren wurde es ja schon mal ein paar Mal angesprochen von uns und es ist jetzt soweit offiziell. Wir werden 2017 mit Motorradvideos anfangen und dann dürft ihr natürlich jetzt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Motorräder wir vor die Linse bringen sollen für euch, welche Motorräder wir euch vorstellen sollen 2017. Es gibt da auch schon ein paar, die auf der Liste ganz oben stehen, die wir auf jeden Fall machen werden, wenn wir sie bekommen. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, was für euch außerdem so wichtig ist bei einer Motorradreview, bei einer Motorradvorstellung, auf was man speziell eingehen soll, weil wir fangen jetzt neu damit an, müssen noch so ein bisschen gucken, wie wir das alles machen. Wir wollten eigentlich schon viel früher damit anfangen, es war aber leider technisch die ganze Zeit noch nicht möglich. Jetzt sind wir soweit, dass wir das technische Equipment dafür haben und dieses Jahr geht es jetzt auch los. Wir sind auch schon so ein bisschen an der Strukturierung, wie das Motorradreview bzw. die Motorradvorstellung so aufgebaut werden soll. Aber ihr dürft uns da gerne nochmal auf die Sprünge helfen, wenn ihr irgendwelche Themengebiete habt, auf die man bei so einem Video auf jeden Fall eingehen sollte. Schreibt es in die Kommentare, dass wir uns das zu Herzen nehmen und gute Videos für euch abliefern. Das war es soweit. Ich hoffe, wir bekommen viel Feedback von euch, damit wir auf jeden Fall auf alle eingehen können und eure Erwartungen erfüllen können. Und schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, wenn ihr sonst noch irgendwelche Anregungen oder Fragen habt. Wir versuchen, das alles zu beantworten, ohne unsere Videos mit einfließen zu lassen. Und vergesst natürlich nicht, hier gibt es noch den Abonnieren-Knopf, da könnt ihr gerne draufdrücken, der große runde Knopf. Und darunter verlinke ich euch mal noch das Video vom Golf GTI Clubsport, da das mein absolutes Favorite-Video im Jahr 2016 war. Und da könnt ihr gerne nochmal reinschauen.